Hindernisse überwinden. Ich fragte, wir haben die Möglichkeiten erörtert, Glück zu erlangen, indem wir unsere negativen Verhaltensweisen und Denkgewohnheiten ablegen. Wie würden sie vorgehen, um dies nun tatsächlich umzusetzen? Welches sind die konkreten Schritte bei der Überwindung negativen Verhaltens und der positiven Veränderung der eigenen Lebensweise? Der Dalai Lama antwortete, Der erste Schritt besteht im Lernen, in der Ausbildung. Ich habe, glaube ich, bereits erwähnt, wie wichtig das Lernen ist. Das Lernen ist aber nur der erste Schritt in dem Prozess, sich selbst zum Positiven zu verändern. Weitere Faktoren sind Überzeugung, Entschlossenheit, Handeln und Bemühen oder Anstrengung. Der zweite Schritt nach dem Lernen ist also die Entwicklung von Überzeugung. Lernen und Ausbildung sind wichtig, weil sie uns helfen, unsere Überzeugung, dass wir uns ändern müssen, zu entwickeln und weil sie unsere Hingabe an diesen Vorsatz verstärken. Die Überzeugung wandelt sich mit der Zeit und wird zu Entschlossenheit. Die unumstößliche Entschlossenheit, sich zu ändern, befähigt uns schließlich zu dem verstärkten Bemühen, die Veränderung konkret herbeizuführen. Dieser letzte Schritt, die nötige Anstrengung, ist entscheidend. Wenn Sie zum Beispiel das Rauchen aufgeben wollen, müssen Sie sich zuerst dessen bewusst werden, dass es dem Körper schadet. Sie müssen etwas darüber lernen. Die Erziehung und die Verbreitung von Informationen über die schädlichen Wirkungen des Rauchens hat bereits zu einem veränderten Verhalten der Menschen geführt. Aber Lernen allein reicht oft nicht aus. Als nächstes machen Sie sich die Schädlichkeit Ihres Verhaltens bewusst, bis Sie eine feste Überzeugung über die schädlichen Folgen des Rauchens entwickelt haben. Dies wiederum verstärkt Ihre Entschlossenheit, sich zu ändern. Schließlich müssen Sie noch die Anstrengung aufbringen, um die neuen Verhaltensweisen einzuüben. Auf diese Weise vollziehen sich innerer Wandel und Transformation ganz gleich, um welches Thema oder welche Handlung es geht. Gleichgültig, welches Verhalten Sie ändern wollen oder welches Ziel, welche Handlung Sie anstreben, am Anfang steht immer die Entwicklung des Willens oder eines starken Wunsches. Sie müssen großen Enthusiasmus für Ihr Ziel entwickeln. Der Schlüsselfaktor dabei ist ein Gefühl der Dringlichkeit, das sehr hilfreich bei der Überwindung von Problemen ist. Mir scheint, dass das Gefühl für die Notwendigkeit und die Handlungsbereitschaft wie von selbst entsteht, wenn wir umfassende und angemessene Informationen erhalten. Ein Sinn für die Dringlichkeit zum Handeln ist nicht nur für die Bewältigung persönlicher Probleme wichtig, sondern auch auf gesellschaftlicher und globaler Ebene. Ziele werden nur dann erreicht, wenn ein deutliches Gefühl für die Dringlichkeit der Situation besteht. Nur dann schließen sich Menschen instinktiv zusammen und begegnen auch großen Krisen wie zum Beispiel Umweltkatastrophen gemeinsam. Ich fragte den Dalai Lama, aber dann stellt sich die Frage, wie man diesen großen Enthusiasmus bzw. diese Dringlichkeit für die Veränderung im Alltag entwickelt. Der Dalai Lama sagte, praktizierende Buddhisten wenden viele verschiedene Techniken an, um Enthusiasmus und Vertrauen zu erzeugen. Um ein Gefühl der Dringlichkeit zu fördern, das die Menschen veranlasst, sich spirituellen Praktiken zuzuwenden, wird auf die Unbeständigkeit unserer Existenz, auf den Tod hingewiesen. In diesem Zusammenhang sprechen wir von der ganz konventionellen Vergänglichkeit, nicht von den subtileren Aspekten der Unbeständigkeit. Wir machen uns einfach bewusst, dass wir eines Tages nicht mehr da sein werden. Der Dalai Lama sagte, wie ich bereits erklärt habe, ist dies der Punkt, an dem Lernen und Ausbildung wichtig werden. Daraufhin fragte ich, aber manchmal bringen wir die nötige Energie für eine Veränderung nicht auf, obwohl wir informiert sind. Wie können wir den Mangel überwinden? Der Dalai Lama überlegte. Die Gründe dafür fallen vermutlich in verschiedene Kategorien. Zum einen mögen biologische Faktoren dazu beitragen, dass ein Mensch apathisch ist oder dass es ihm an Energie mangelt. In diesem Fall sollte er vielleicht seine Lebensführung ändern. Ausreichender Schlaf, eine gesunde Ernährung, Verzicht auf Alkohol etc. werden seinen Geist wacher machen. Wenn eine Krankheit der Grund ist, muss man eventuell sogar auf Medikamente oder sonstige physische Heilmittel zurückgreifen. Aber es gibt ja noch eine andere Art von Apathie oder Faulheit, die aus einer gewissen Geistesschwäche erwächst. Um diese Art von Apathie abzulegen und Hingabe und Enthusiasmus zur Überwindung der eigenen negativen Verhaltensweisen oder Denkgewohnheiten aufzubringen, gibt es nur eine effektive Methode. Sich ständig der destruktiven Wirkung des negativen Verhaltens bewusst zu sein. Man muss sich wohl die destruktiven Folgen wieder und wieder in Erinnerung rufen. Daraufhin fragte ich, Die Menschen wollen ja häufig ihr Leben positiv verändern. Sie wünschen sich ein gesünderes Verhalten und so fort. Aber dann befällt sie eine Art von Trägheit oder Widerstand. Wie erklären sie sich das? Das ist ganz einfach, begann er ungezwungen. Einfach? Ja, der Grund dafür ist, dass wir uns daran gewöhnen, auf eine bestimmte Art und Weise zu handeln. Nach einer Weile sind wir dann verwöhnt und tun nur noch das, was uns gefällt oder was unseren Gepflogenheiten entspricht. Und wie überwinden wir diesen Zustand? Wir machen uns die Gewohnheitsbildung zunutze. Indem wir etwas wieder und wieder tun, können wir unzweifelhaft neue Verhaltensmuster einüben. Durch stetiges Bemühen können wir jegliche Form der negativen Konditionierung überwinden und positive Veränderungen in unserem Leben herbeiführen. Wirkliche, geistige Veränderung braucht Zeit. Wenn mir jemand etwa erzählt, im Laufe vieler Jahre und nach diversen Schwierigkeiten haben sich die Dinge geändert, glaube ich das. Denn es besteht eine größere Wahrscheinlichkeit, dass die Veränderung echt und nachhaltig ist. Sagt mir dagegen jemand, in den letzten beiden Jahren habe ich mich sehr verändert, so halte ich das für unrealistisch. Ich stellte fest, sie haben darauf hingewiesen, dass einerseits für die Transformation des eigenen Geistes, für seine Veränderung zum Positiven sehr viel Enthusiasmus und Entschlossenheit nötig sind. Andererseits stimmen wir darin überein, dass wirkliche Veränderungen allmählich eintreten und lange dauern können. Wenn etwas viel Zeit in Anspruch nimmt, lassen wir uns leicht entmutigen. Waren Sie jemals wegen des langsamen Fortschritts in Ihrer religiösen Praxis oder in anderen Lebensbereichen entmutigt? Ja, natürlich, sagte er. Und wie reagieren Sie darauf? fragte ich. Was meine persönliche spirituelle Praxis betrifft, so finde ich es bei auftretenden Hindernissen oder Problemen hilfreich, ein bisschen Abstand zu nehmen und mir die Schwierigkeiten eher aus einer langfristigen als aus einer kurzfristigen Perspektive anzuschauen. In solchen Momenten denke ich oft an eine Strophe, die mir Mut macht und meine Entschlossenheit stärkt. Möge ich leben, solange der Raum wehrt, solange es fühlende Wesen gibt, um das Leid der Welt zu zerstreuen. Geht es jedoch um den Freiheitskampf Tibets, wäre diese Art von Glauben und die Bereitschaft auszuharren, oder solange der Raum wehrt und so fort, eher dumm. Hier ist unmittelbares, aktives Engagement gefordert. Wenn ich an Tibets Freiheitskampf denke und an die 14, 15 Jahre ergebnisloser Bemühungen um Verhandlungen, an diese beinahe 15 Jahre des Scheiterns, dann entsteht in mir schon ein gewisses Gefühl der Ungeduld oder der Frustration. Aber die Frustration lässt mich nicht die Hoffnung verlieren. Was genau bewahrt sie denn davor, die Hoffnung aufzugeben, fragte ich. Selbst im Hinblick auf die Situation in Tibet kann eine umfassendere Perspektive hilfreich sein. Wenn ich die Lage in Tibet aus einem engen Blickwinkel und isoliert betrachte, so erscheint sie beinahe hoffnungslos. Schaue ich jedoch aus einer weiteren, einer globalen Perspektive, so sehe ich, dass auf internationaler Ebene ganze kommunistische und totalitäre Systeme zusammenbrechen, dass sogar in China eine Demokratiebewegung existiert und die Tibeter nicht den Mut verlieren. Also gebe ich nicht auf. Angesichts seines umfassenden Hintergrunds und seiner Schulung in buddhistischer Philosophie und Meditation fiel mir in diesem Zusammenhang besonders auf, dass der Dalai Lama Lernen und Ausbildung als den ersten Schritt zur inneren Transformation nennt und nicht etwa mystische oder transzendentale spirituelle Praktiken. Obwohl Erziehung und Ausbildung allgemein als wichtig für das Erlernen neuer Fertigkeiten und für die Sicherung eines guten Arbeitsplatzes betrachtet werden, wird ihre Rolle als grundlegender Faktor auf dem Weg zum Glück meistens übersehen. Dabei erweisen Studien, dass selbst eine rein akademische Ausbildung in direktem Zusammenhang mit einem glücklicheren Leben steht. Zahlreiche Forschungen haben eine Korrelation zwischen höherer Bildung und besserer Gesundheit sowie einer längeren Lebensdauer aufgezeigt. Mehr noch, Bildung schützt vor Depressionen. Menschen mit höherer Bildung sind sich gesundheitsgefährdenden Faktoren bewusster. Außerdem fällt es ihnen leichter, sich einen gesünderen Lebensstil anzugewöhnen. Sie haben eine höhere Selbstachtung, verfügen über mehr Geschick bei Problemlösungen und über bessere Bewältigungsmechanismen. Alles Faktoren, die zu einem gesünderen, glücklicheren Leben beitragen können. Wenn also bereits ein Studium ein glücklicheres Leben bewirkt, wie viel einflussreicher kann dann erst die Art von Lernen und Ausbildung sein, von welcher der Dalai Lama spricht? Eine Ausbildung, die sich darauf konzentriert, das volle Spektrum der Faktoren, die zu dauerhaftem Glück führen, zu verstehen und umzusetzen. Die nächste Stufe auf dem Pfad der Wandlung, den der Dalai Lama beschreibt, ist Entschlossenheit und Enthusiasmus. Dieser Schritt wird auch von der zeitgenössischen westlichen Wissenschaft als ein wichtiger Faktor zum Erreichen der eigenen Ziele akzeptiert. Verhaltenswissenschaftler haben die Mechanismen, die unsere Handlungen hervorrufen, aufrechterhalten und steuern, gründlich erforscht und diese Disziplin das Studium der menschlichen Motivation genannt. Sie entdeckten drei Arten von Motiven. Der erste Typ, die primären Motive, sind Triebe, die auf biologischen Bedürfnissen zur Sicherung des Überlebens beruhen. Hierher gehört zum Beispiel das Bedürfnis nach Nahrung, Flüssigkeit und Luft. Die sekundären Motive bestehen aus erworbenen und angelernten Bedürfnissen. Beispiele hierfür sind Erfolg, Macht, Status oder Leistung. Eine dritte Kategorie von Motiven bildet das menschliche Bedürfnis nach Anregung und Information. Man vermutet, es handele sich um ein angeborenes Verlangen, welches für die Entwicklung, Reifung und die Funktionen des Nervensystems erforderlich ist. Auf der Motivationsebene der sekundären Motive, die bestehen aus Erfolg, Macht, Status oder Leistung, sind Verhalten und Antrieb durch soziale Kräfte und Ausbildung beeinflussbar. Hier berühren sich die modernen psychologischen Theorien und das Konzept der Entwicklung von Entschlossenheit und Enthusiasmus des Dalai Lama. Seiner Auffassung nach werden Enthusiasmus und Entschlossenheit jedoch nicht allein um des Verfolgens weltlicher Zielewillen entwickelt. Sondern sie entstehen dadurch, dass man ein klareres Verständnis der Faktoren gewinnt, die zu wirklichem Glück führen. Außerdem werden sie dazu eingesetzt, höhere Ziele wie Güte, Mitgefühl und spirituellen Fortschritt zu erreichen. Anstrengung oder Bemühen ist der letzte Faktor im Konzept des Dalai Lama, der Veränderung bewirkt. Dabei betrachtet er die Anstrengung als einen notwendigen Aspekt beim Einüben neuer Gewohnheiten. Die Vorstellung, dass wir unsere negativen Verhaltensweisen und Denkgewohnheiten durch neue Konditionierung ändern können, wird von westlichen Psychologen nicht nur geteilt, sondern sie bildet sogar den Grundpfeiler der modernen Verhaltenstherapie. Diese stützt sich auf die Theorie, dass die Menschen größtenteils gelernt hätten, so zu sein, wie sie sind. Die Verhaltenstherapie bietet Strategien zur Neukonditionierung an und erweist sich auf einem breiten Spektrum von Problemen als effektiv. Zwar wurde unlängst wissenschaftlich nachgewiesen, dass die genetische Veranlagung durchaus eine gewisse Rolle dabei spielt, wie ein Individuum auf die Welt reagiert. Dennoch sind die meisten Sozialwissenschaftler und Psychologen der Auffassung, dass ein hoher Anteil unseres Verhaltens, Denkens und Fühlens durch Lernen und Konditionierung bestimmt wird, die sich wiederum von unserer Erziehung und den sozialen und kulturellen Kräften unserer Umgebung ableitet. Da Verhaltensweisen also hauptsächlich durch Konditionierung entstehen und durch Gewöhnung verfestigt und vertieft werden, eröffnet sich dem Dalai Lama zufolge die Möglichkeit, schädliche oder negative Konditionierungen auszulöschen und durch hilfreiche, lebenserhaltende Konditionierungen zu ersetzen. Experimente haben gezeigt, dass unser Verhalten nicht nur durch unsere Einstellung und unsere Charakterzüge bestimmt wird, was allgemein anerkannt ist, sondern dass unser Verhalten umgekehrt auch unsere Einstellung verändern kann. Eine stetige Anstrengung, die eigenen äußeren Verhaltensweisen zu ändern, hilft nicht nur, schlechte Gewohnheiten zu überwinden, sondern kann auch unsere zugrunde liegenden Haltungen und Gefühle wandeln. So ist sogar ein künstlich hervorgebrachtes Lächeln oder Stirnrunzeln in der Lage, das entsprechende echte Gefühl, also Ärger oder Freude hervorzurufen. Daraus lässt sich folgern, dass die reine Mechanik und die Wiederholung von positiven Verhaltensweisen, hier zum Beispiel das künstlich hervorgerufene Lächeln, einen echten inneren Wandel, zum Beispiel das Gefühl wahrer Freude, hervorzubringen vermögen. Realistische Erwartungen Der Dalai Lama betont immer wieder, wie wichtig ein anhaltendes Bemühen um eine echte innere Transformation und Veränderung sei. Es handele sich um einen allmählichen Prozess. Diese Einstellung steht in krassem Gegensatz zu der Fülle von Selbsthilfetechniken und Therapien im Eilverfahren, von positiven Affirmationen bis hin zu Entdecke Dein inneres Kind, die in den vergangenen Jahrzehnten im Westen so populär geworden sind. Das Vorgehen des Dalai Lama zielt auf langsames Wachstum und Reifen. Er glaubt an die enorme, vielleicht sogar unbegrenzte Macht des Geistes, doch eines Geistes, der systematisch trainiert, konzentriert und über Jahre hinweg durch Erfahrung und wohlbegründete Vernunft geformt worden ist. Schließlich dauert es auch lange, das Verhalten und die Denkgewohnheiten zu erlernen, die zu unseren Problemen beitragen. Genauso lange brauchen wir, uns die neuen, das Glück fördernden Gewohnheiten anzueignen. Dazu sind folgende Faktoren unerlässlich. Entschlossenheit, Anstrengung und Zeit. Sie sind die eigentlichen Geheimnisse auf dem Weg zum Glück. Wenn wir uns auf den Pfad der Veränderung begeben, müssen unsere Erwartungen angemessen sein. Stecken wir sie zu hoch, ist die Enttäuschung schon vorprogrammiert. Setzen wir sie zu niedrig an, ersticken wir unsere Bereitschaft, Grenzen zu überschreiten und unser wahres Potenzial zu verwirklichen. Nach unserem Gespräch über den Prozess des Wandels erklärte der Dalai Lama, Man vergesse auf seinem gemächlichen Weg zum Endziel nie, wie wichtig eine realistische Haltung ist. Eine sensible und respektvolle Haltung gegenüber der konkreten Realität der eigenen Situation. Man sei sich der Schwierigkeiten des Weges und der Tatsache bewusst, dass man viel Zeit und einen langen Atem brauchen wird. Es kommt darauf an, eine klare Unterscheidung zwischen den eigenen Idealen und den Maßstäben zu treffen, an denen man seinen Fortschritt misst. Als Buddhist zum Beispiel strebt man sehr hohe Ideale an, denn man erwartet letztlich die volle Erleuchtung. Das Streben nach dem Ideal der vollen Erleuchtung ist an sich noch kein Extrem. Im Gegensatz zu der Erwartung, das Ziel schnell hier und jetzt zu erreichen. Wer das Ideal zum Maßstab macht, wird unweigerlich enttäuscht und gibt die Hoffnung auf, wenn er die Erleuchtung nicht rasch erlangt. Deshalb benötigt man einen realistischen Ansatz. Wir brauchen also eine Methode, die in der Mitte liegt. Wir benötigen Ausgewogenheit. Erwartungen sind ein sehr heikles Thema. Einerseits führen überhöhte Erwartungen ohne solide Grundlage gewöhnlich zu Problemen. Andererseits gibt es ohne Erwartungen und Hoffnungen ohne Ehrgeiz keinen Fortschritt. Ein gewisses Maß an Hoffnung ist unerlässlich. Es ist also schwer, den Mittelweg zu finden. Man muss jede Situation individuell beurteilen. Mich bedrängten immer noch Zweifel. Ist es möglich, die negativen Gefühle wirklich auszulöschen? Ich begann. Wir haben darüber gesprochen, dass das höchste Glück nur zu erlangen ist, wenn wir unsere negativen Verhaltensweisen und Gefühle wie Ärger, Hass, Habgier völlig beseitigen. Der Dalai Lama nickte. Aber diese Emotionen sind doch anscheinend ein Teil unserer natürlichen psychischen Ausstattung. Ich halte den Versuch, etwas zu entfernen, das doch Teil unseres Wesens ist, für unnatürlich. Der Dalai Lama schüttelte den Kopf. Wenn wir älter werden, können wir uns Tag für Tag durch Erziehung und Lernen Wissen aneignen und so die Unwissenheit allmählich beseitigen. Verharren wir jedoch in einem Zustand, in dem wir das Lernen verschmähen, werden wir die Unwissenheit nicht verringern. Wenn wir uns diesem natürlichen Zustand ohne jegliches Bemühen um Veränderung überlassen, können die Gegenkräfte Ausbildung und Lernen nicht greifen. Auf der anderen Seite ist es ebenso möglich, schrittweise unsere negativen Emotionen zu verringern und die positiven Geisteszustände wie Liebe, Barmherzigkeit und Vergebung zu vermehren. Ich fragte, wenn diese Dinge aber doch zu unserer Psyche gehören, wie können wir etwas erfolgreich bekämpfen, das doch ein Teil von uns selbst ist? Denkt man über den Kampf gegen die negativen Emotionen nach, ist es nützlich zu wissen, wie die menschliche Psyche funktioniert, antwortete der Dalai Lama. Sie ist natürlich sehr kompliziert, aber auch äußerst flexibel, denn sie kann sich auf eine Vielzahl von Situationen und Umständen einstellen. Die Psyche verfügt nämlich über die Fähigkeit, unterschiedliche Probleme aus ganz verschiedenen Perspektiven anzugehen. Häufig befinden wir uns in Situationen, in denen wir uns selbst kritisieren oder anklagen. Wir sagen dann etwa, neulich war ich so enttäuscht von mir und wir fangen an, uns zu kritisieren oder wir beschimpfen uns selbst, weil wir etwas falsch gemacht oder etwas unterlassen haben und werden dann wütend auf uns. In all diesen Fällen stehen wir bereits im Dialog mit uns selbst. In Wirklichkeit existieren keine zwei unterschiedlichen Formen des Selbst, sondern es gibt nur ein Kontinuum. Trotzdem hat es Sinn, sich selbst zu kritisieren und wütend auf sich zu werden. Das wissen wir alle aus eigener Erfahrung. Das heißt, wir können zwei verschiedene Perspektiven einnehmen, obwohl es sich um das Kontinuum ein und derselben Person handelt. Wenn wir uns selbst kritisieren, passiert Folgendes. Das kritische Selbst spricht aus der Sicht unserer Selbst als Ganzem, aus unserem umfassenderen Sein heraus. Das kritisierte Selbst hingegen spricht aus der Sicht einer Situation oder einer bestimmten Erfahrung. Auf diese Weise ist eine Beziehung zwischen dem einen und dem anderen selbst möglich. Aufgrund unserer Fähigkeit, verschiedene Perspektiven einzunehmen, können wir einzelne Aspekte unseres Selbst, die wir ausschalten wollen, isolieren und dann bekämpfen. Ich werde häufig gefragt, auf welche Argumente sich die buddhistische Auffassung, dass die leidverursachenden Gefühle und psychischen Ereignisse, das heißt die Verblendungen, endgültig überwunden und aus unserem Geist entfernt werden können, stützt. Im Buddhismus gibt es drei Prämissen oder Voraussetzungen, die uns zu dieser Annahme berechtigen. Die erste Prämisse lautet, alle verblendeten Geisteszustände, alle leidverursachenden Gefühle und Gedanken sind grundsätzlich verzerrt, denn sie wurzeln in einer falschen Wahrnehmung der eigentlichen Realität der Situation. Gleichgültig, wie stark die negativen Emotionen sind, sie haben keine wirklich zuverlässige Basis in uns, denn sie stützen sich auf Unwissenheit. Dagegen beruhen die positiven Emotionen und Geisteszustände, wie Liebe, Mitgefühl, Einsicht etc., auf einer soliden Grundlage. Sobald der eigene Geist diese positiven Zustände erlebt, erfährt er keine Verzerrung mehr. Außerdem sind die positiven Faktoren in der Realität verankert. Wir können sie anhand unserer eigenen Erfahrung überprüfen. Und sie sind in der Vernunft und in unserem Verständnis begründet und tief verwurzelt. Darüber hinaus können wir das Potenzial aller positiven Geisteszustände unbegrenzt erweitern und ausdehnen, wenn wir sie stetig trainieren und uns an sie gewöhnen. Eine Möglichkeit festzustellen, in welche der beiden Kategorien ein Gefühl gehört, ist das Verständnis dafür, dass die positiven Gefühle sich rechtfertigen lassen, die negativen dagegen nicht. In einem früheren Gespräch haben wir zum Beispiel festgestellt, dass das Verlangen positiv oder negativ sein kann. Jedes Verlangen oder dringende Bedürfnis nach lebensnotwendigen Dingen ist positiv. Es ist einfach zu rechtfertigen, denn es beruht auf der Tatsache, dass wir alle existieren und ein Recht auf Überleben haben. Dazu wiederum sind ganz bestimmte Dinge nötig. Es gibt grundsätzliche Bedürfnisse, die erfüllt werden müssen. Diese Art von Verlangen hat also eine zuverlässige Basis. Negative Arten von Verlangen wie exzessive Gelüste und Habgier haben dagegen keine gültige Basis und verursachen häufig nur Ärger und Komplikationen in unserem Leben. Solche Arten des Verlangens beruhen oft einfach auf einem Gefühl der Unzufriedenheit und der Begierde, obwohl die ersehnten Dinge keineswegs notwendig sind. Das ist gemeint, wenn wir sagen, dass die positiven Gefühle eine solide und zuverlässige Basis besitzen, die den negativen Gefühlen fehlt. Damit kommen wir zu der zweiten Prämisse, auf die wir die Auffassung stützen, dass unsere negativen Gefühle endgültig ausgeschaltet und aus unserem Geist entfernt werden können. Diese Prämisse beruht auf der Tatsache, dass unsere positiven Geisteszustände als Mittel gegen unsere negativen Tendenzen und verblendeten Geisteszustände wirken können. Daher lautet die zweite Prämisse, In dem Maße, wie man die als Gegenmittel geeigneten Faktoren stärkt und ihren Effekt fordert, schwächt man die Kraft der geistigen und emotionalen Leitzustände und damit deren Einfluss und Wirkung. Bei der Erörterung der Ausschaltung von negativen Geisteszuständen sollten wir einen Punkt besonders im Auge behalten. Im Rahmen der buddhistischen Praxis wird die Förderung ganz bestimmter positiver geistiger Eigenschaften wie Geduld, Toleranz, Güte und so fort als gezieltes Mittel gegen negative Geisteszustände wie Ärger, Hass und Anhaftung eingesetzt. Dabei kann die Anwendung von Gegenmitteln wie Liebe und Mitgefühl die Intensität oder den Einfluss psychischer und emotionaler Leidensursachen zwar deutlich verringern, aber da sie nur darauf abzielt, ganz spezifische oder individuelle leidhafte Emotionen zu beseitigen, ist sie in gewisser Hinsicht nur eine Teillösung. Die leidhaften Emotionen wie Anhaftung und Hass gehen letztendlich auf Unwissenheit zurück, auf eine falsche Auffassung von der wahren Natur der Realität. Deshalb, und in diesem Punkt scheinen alle buddhistischen Traditionen übereinzustimmen, muss man zur vollständigen Überwindung aller negativen Tendenzen ein Mittel gegen die Unwissenheit anwenden, den Faktor Weisheit. Dies ist unerlässlich. Der Faktor Weisheit umfasst das Erlangen von Einsicht in die wahre Natur der Realität. Im Buddhismus kennen wir also nicht nicht nur spezifische Mittel gegen ganz bestimmte Geisteszustände, zum Beispiel Geduld und Toleranz gegen Ärger und Hass, sondern auch ein allgemeines Mittel, die Einsicht in die letztendliche Natur der Realität, das gegen alle negativen Geisteszustände einzusetzen ist. Die dritte buddhistische Prämisse lautet, die eigentliche Natur des Geistes ist rein. Das beruht auf dem Glauben, dass das fundamentale, subtile Bewusstsein nicht von negativen Emotionen getrübt ist. Es ist von seiner Natur her rein. Ein Zustand, der oft das klare Licht des Geistes genannt wird. Das heißt, der Buddhismus akzeptiert auf der Grundlage dieser drei Prämissen, dass es möglich ist, alle geistigen und emotionalen leidverursachenden Zustände endgültig zu beseitigen, indem man ihnen entgegenwirkende Kräfte wie Liebe, Mitgefühl, Toleranz, Verzeihen kultiviert, sowie andere Mittel, etwa Meditation, anwendet. Im Westen wenden sich viele Menschen der Religion als einer Quelle des Glücks zu. Doch der Ansatz des Dalai Lama unterscheidet sich fundamental von dem vieler westlicher Religionen, da er die Vernunft und die Geistesschulung wesentlich stärker betont als den Glauben. In mancher Hinsicht ähnelt die Methode des Dalai Lama einer geistbezogenen Wissenschaft, welche die Menschen ähnlich nutzen könnten wie die Psychotherapie. Aber die Empfehlungen des Dalai Lama gehen noch darüber hinaus. Während wir psychotherapeutische Techniken, etwa die Verhaltenstherapie, einsetzen, um bestimmte schlechte Gewohnheiten, rauchen, trinken, Temperamentsausbrüche, abzubauen, liegt es uns fern, positive Eigenschaften, Liebe, Mitgefühl, Geduld, Großmut, als Waffen gegen alle negativen Gefühle und Geisteszustände zu kultivieren. Die Methode des Dalai Lama zur Erlangung von Glück beruht auf der revolutionären Idee, dass negative Geisteszustände kein unserer Psyche von Natur aus innewohnender Teil sind, sondern nur vergängliche Hindernisse, die unseren natürlichen Zustand der Freude und des Glücks hemmen. Die meisten traditionellen psychotherapeutischen Schulen im Westen konzentrieren sich eher darauf, dem Patienten beizubringen, wie er mit seiner Neurose leben kann, statt eine Generalüberholung seiner Weltsicht anzustreben. Der wohl herausragende Aspekt der Geistesschulung des Dalai Lama beruht auf der Idee, dass positive Geisteszustände als direkte Mittel gegen negative Geisteszustände wirken können. Sucht man nach Parallelen im modernen Behaviorismus, kommt vielleicht die kognitive Therapie dem Ansatz des Dalai Lama am nächsten. Diese Form der Psychotherapie ist in den vergangenen Jahrzehnten zunehmend populärer geworden und hat sich bei der Behandlung einer breiten Vielfalt allgemeiner Probleme als sehr effektiv erwiesen. Die moderne kognitive Therapie beruht auf der Vorstellung, dass unsere aufwühlenden Emotionen und unser Fehlverhalten von Verzerrungen des Denkens und irrationalen Überzeugungen verursacht werden. Die Therapie konzentriert sich darauf, dem Patienten zu helfen, seine verzerrten Denkweisen systematisch zu identifizieren, zu prüfen und zu korrigieren. Die korrekten Denkweisen werden gewissermaßen zu Gegenmitteln für die verzerrten Denkgewohnheiten, die das Leiden des Patienten verursachen. Nehmen wir zum Beispiel an, dass eine Person von einer anderen zurückgewiesen wird und darauf übermäßig verletzt reagiert. Der kognitive Therapeut hilft der Person nun zunächst, die zugrunde liegende irrationale Überzeugung zu identifizieren, die etwa lauten kann, ich muss jederzeit von beinahe jeder bedeutsamen Person in meinem Leben geliebt und anerkannt werden. Und wenn nicht, ist alles ganz schrecklich und ich bin überhaupt nichts wert. Danach konfrontiert der Therapeut den Patienten mit Beweismaterial, das diesen unrealistischen Glauben infrage stellt. Auf diese Weise werden die verzerrten Denkweisen des Patienten durch zutreffende Gegendarstellungen ersetzt. Die negativen Gefühle werden also in positive umgewandelt und die Stimmung des Patienten bessert sich wieder. Obwohl dieser Ansatz oberflächlich wirken mag, haben viele Studien gezeigt, dass die kognitive Therapie funktioniert. Allein die Tatsache, dass wir unsere Gefühle verändern und unseren negativen Gedanken entgegenwirken können, indem wir zu alternativen Denkweisen greifen, erhärtet den Standpunkt des Dalai Lama, dass wir unsere negativen Geisteszustände durch den Einsatz von Gegenmitteln oder die entsprechenden positiven Geisteszustände überwinden können. Verbinden wir nun diese Tatsache mit den aktuellen wissenschaftlichen Belegen dafür, dass sich Struktur und Funktion des Gehirns durch die gezielte Kultivierung neuer Denkweisen verändern lassen. Dann scheint die Idee, dass wir durch Geistesschulung Glück erlangen können, eine sehr reale Möglichkeit zu sein. Der Umgang mit Zorn und Hass Begegnest du einem Menschen, der von einem Pfeil getroffen wurde, so überlegst du nicht lange, wer den Pfeil abgeschossen hat oder welcher Kaste der Schütze angehört oder aus welchem Holz der Pfeilschaft besteht und welche Technik für die Herstellung der Spitze benutzt wurde. Nein, du solltest dich sofort daran machen, den Pfeil herauszuziehen. Wenden wir uns nun den Pfeilen, den negativen Geisteszuständen, die unser Glück beeinträchtigen, und den entsprechenden Gegenmitteln zu. Alle negativen Geisteszustände hindern uns daran, glücklich zu sein. Wir wollen mit dem Zorn beginnen, denn er scheint eines der größten Hindernisse zu sein. Der Philosoph Seneca nannte ihn das Schrecklichste und Wahnsinnigste aller Gefühle. Dieses Gefühl beeinträchtigt unsere Urteilsfähigkeit, erzeugt extremes Unbehagen und kann unsere persönlichen Beziehungen zerstören. Das wissen wir aus eigener Erfahrung. Akzeptieren wir die schädliche Wirkung von Zorn und Hass auf Körper und Seele, so stellt sich als nächstes die Frage, wie überwinden wir sie? Der Dalai Lama begann seine Darlegungen zum Thema Umgang mit Zorn und Hass, indem er zunächst die Natur dieser destruktiven Emotionen untersuchte. Es gibt viele verschiedene Arten leidverursachender oder negativer Emotionen, erklärte er. Zum Beispiel Hochmut, Arroganz, Eifersucht, Begierde, Lust, Starrsinn und so weiter. Zorn und Hass sind jedoch die schlimmsten Übel von allen, weil sie die größten Hindernisse für die Entwicklung von Mitgefühl und Altruismus bilden und die Tugenden und die Ausgeglichenheit einer Person zerstören. Es gibt zwei Arten von Zorn, eine negative und eine positive, je nachdem, von welcher Motivation ein Mensch geleitet wird. Ist der Zorn von Mitgefühl motiviert, so kann er Antrieb oder Katalysator für eine positive Handlung sein. Er erzeugt eine Energie, die dem Menschen ermöglicht, unverzüglich und wirksam zu handeln. Manchmal kann Zorn also einen kraftvollen, motivierenden Faktor darstellen und insofern positiv sein. Aber auch wenn einige Arten von Zorn unter bestimmten Umständen positiv sein können, führt Zorn im Allgemeinen zu feindseligen Gefühlen und zu Hass. Und Hass ist niemals positiv. Er bringt keinen Nutzen und ist immer negativ. Zorn und Hass lassen sich nicht einfach dadurch überwinden, dass wir sie unterdrücken. Wir müssen aktiv die Gegenmittel gegen den Hass entwickeln. Geduld und Toleranz. Entsprechend dem zuvor dargestellten Vorgehen müssen wir, wenn wir Geduld und Toleranz nachhaltig und erfolgreich entwickeln wollen, Enthusiasmus hervorbringen. Also den starken Wunsch oder die Sehnsucht nach Geduld und Toleranz. Wer sich bemüht, Geduld und Toleranz zu entwickeln, ist in Wirklichkeit in einen Kampf gegen Hass und Zorn verwickelt. Wer in dem mühsamen und anstrengenden Prozess den Sieg über Hass und Zorn erringt, ist ein wahrer Held. Vor diesem Hintergrund gilt es daher, einen starken Enthusiasmus in unserem Geist zu erzeugen. Enthusiasmus resultiert aus dem Lernen und der Reflexion über die heilsame Wirkung von Geduld und Toleranz und über die negativen Folgen von Zorn und Hass. Schon die Erkenntnis dieser Zusammenhänge wird eine Neigung zu Toleranz und Geduld hervorbringen und sie vorsichtiger gegenüber zornigen und hasserfüllten Gedanken machen. Normalerweise kümmern wir uns nicht gezielt um unseren Zorn und unseren Hass, sodass sie ganz unwillkürlich auftreten. Sobald wir ihnen gegenüber jedoch eine vorsichtige Position beziehen, kann allein schon diese Zurückhaltung als vorbeugende Maßnahme gegen Zorn oder Hass dienen. Die destruktive Wirkung von Hass liegt auf der Hand. Sie ist offensichtlich und tritt sofort ein. Wenn intensiver Hass oder Zorn in uns aufsteigt, fällt unsere Urteilsfähigkeit gänzlich aus. Zorn und Hass versetzen uns also in einen Zustand der Verwirrung, der unsere Probleme und Schwierigkeiten nur noch verschlimmert. Sogar auf der körperlichen Ebene bewirkt Hass eine unvorteilhafte, hässliche Wandlung des Individuums. Abgesehen von einem ausgesprochen unangenehmen, hässlichen Gesichtsausdruck gibt die Person sehr feindselige Energien ab, die andere spüren können. Der Hass wird mit einem Feind verglichen. Dieser innere Feind hat keine andere Funktion als uns zu schaden und will uns zerstören. Wenn wir uns das klar machen, sollten wir den Entschluss fassen, diesem Feind in uns, dem Hass, nie mehr die Gelegenheit zu bieten, sich in uns zu erheben. Generell glaube ich, dass Zorn und Hass zu den Gefühlen gehören, die sich verschlimmern und verstärken, wenn wir sie nicht beachten und nicht kontrollieren. Gewöhnen wir uns einfach daran, ihnen freien Lauf zu lassen, werden sie in der Regel nicht ab, sondern zunehmen. Deshalb meine ich, je öfter es uns gelingt, eine vorsichtige Haltung zu beziehen und durch aktives Bemühen die Intensität von Hass und Zorn zu verringern, desto besser. Zorn und Hass entstehen in einem Geist der Unzufriedenheit und Unruhe. Daher können wir rechtzeitig vorbeugen, indem wir ständig daran arbeiten, innere Zufriedenheit aufzubauen und Freundlichkeit und Mitgefühl zu kultivieren. Daraus entsteht eine gewisse Gelassenheit. Zum anderen sollten wir, wenn eine Situation eintritt, die uns verärgert, unseren Zorn direkt analysieren, um festzustellen, ob er eine angemessene Reaktion darstellt und ob er konstruktiv oder destruktiv ist. Außerdem bemühen wir uns um innere Disziplin und Zurückhaltung und bekämpfen den Zorn aktiv, indem wir die passenden Gegenmittel, Gedanken über Geduld und Toleranz kultivieren. Der Dalai Lama hielt inne, um dann in seiner gewohnt pragmatischen Art fortzufahren. Der einzige Faktor, der Zuflucht oder Schutz vor den destruktiven Folgen von Zorn und Hass gewähren kann, ist die eigene Praxis von Toleranz und Geduld. Beim Betrachten von Geduld gilt es zu berücksichtigen, dass zwischen Demut und Geduld eine enge Beziehung besteht. Demut schließt ein, dass ein Mensch über die Fähigkeit zur Konfrontation verfügt und zurückschlagen könnte, sich aber bewusst dagegen entscheidet. Das würde ich wahrhafte Demut nennen. Auch wahre Toleranz oder Geduld enthält ein Element der Selbstdisziplin und Zurückhaltung. Die Erkenntnis, dass man sich anders, aggressiver hätte verhalten können, jedoch darauf verzichtet hat. Wenn ich nun davon spreche, dass wir denjenigen gegenüber, die uns schaden, Toleranz entwickeln sollen, dürfen sie mich nicht missverstehen. Damit meine ich nicht, dass wir demütig alles hinnehmen sollen, was uns angetan wird. Wenn nötig, kann es die optimale, die weiseste Lösung sein, einfach davon zu laufen. Ich glaube allerdings, dass es möglich ist, statt aus Zorn auch aus Mitgefühl einen festen Standpunkt zu vertreten und notfalls härter durchzugreifen. Ja, ich bin sogar davon überzeugt, dass Gegenmaßnahmen ohne Hass und Zorn letztlich effektiver sind. Ein Endresultat oder ein Produkt von Geduld und Toleranz ist Vergebung. Wenn man wirklich geduldig und tolerant ist, entsteht die Bereitschaft zur Vergebung wie von selbst. Auch wenn Sie in der Vergangenheit sehr viele negative Erfahrungen gemacht haben, ist es durch die Entwicklung von Geduld und Toleranz möglich, Ihre Gefühle des Zorns und der Feindseligkeit auszuschalten. Analysieren Sie die Situation und Sie werden feststellen, dass die Vergangenheit vorüber ist. Daher hat es keinen Zweck, Zorn und Hass aufrechtzuerhalten. Denn diese können das Geschehene nicht mehr ändern, sondern sie versetzen im Gegenteil ihren Geist in Aufruhr und bewirken, dass sie unglücklich bleiben. Natürlich können sie sich trotzdem weiterhin an das Geschehene erinnern. Vergessen und Vergeben sind zwei verschiedene Dinge. Es ist völlig in Ordnung, sich an negative Ereignisse zu erinnern, aber mit der Entwicklung von wahrer Geduld und Toleranz ist es möglich, die mit den Ereignissen verknüpften negativen Gefühle zu überwinden. Der Umgang mit der Angst und die Stärkung des Selbstwertgefühls Das menschliche Gehirn ist mit einem ausgefeilten System ausgestattet, das unsere Sorgen und Ängste registriert. Einerseits dient Angst der Anpassung, da sie uns hilft, Gefahren vorherzusehen und ihnen vorzubeugen. Übertriebene Angst und Sorge können aber ebenso wie Zorn und Hass eine katastrophale Wirkung auf Körper und Geist haben und viel emotionales Leid, ja sogar physische Krankheiten auslösen. Wenn wir nach Strategien für den Umgang mit der Angst suchen, müssen wir zunächst erkennen, wie der Dalai Lama hervorheben wird, dass viele verschiedene Faktoren zur Entstehung von Angst beitragen. Unabhängig davon, ob die Angst eines Menschen vorwiegend körperlich oder seelisch bedingt ist, lautet die gute Nachricht, dass wir etwas dagegen unternehmen können. Unter den praktischen Strategien zur Überwindung von Angstzuständen gibt es eine ganz besonders effektive Technik, die kognitive Intervention. Dies ist eine der Hauptmethoden des Dalai Lama, um die Alltagssorgen und Ängste zu bekämpfen. Es handelt sich um das gleiche Vorgehen wie bei der Überwindung von Hass und Zorn, das heißt, die angstauslösenden Gedanken werden aktiv infrage gestellt und dann durch wohlbegründete positive Gedanken und Einstellungen ersetzt. Wenn wir von Angst sprechen, müssen wir zunächst feststellen, dass es viele verschiedene Arten von Angst gibt. Manche davon sind angemessen und basieren auf guten Gründen. Zum Beispiel die Angst vor Gewalt oder vor Blutvergießen, zwei offensichtlich sehr schlechten Dingen. Hinzu kommen die Furcht vor den langfristigen negativen Konsequenzen unserer Fehlhandlungen, die Furcht vor Leid oder die Furcht vor den eigenen negativen Emotionen wie zum Beispiel Hass. Das sind die angemessenen Varianten der Angst, denn sie führen uns auf den rechten Weg. Sie helfen uns warmherzigerer Menschen zu werden. Der Dalai Lama überlegte und fuhr dann nachdenklich fort, andererseits sind viele unserer Ängste nichts als unserer eigenen geistigen Schöpfung. Solche Ängste können fast ausschließlich auf Projektionen beruhen. Wenn sie zum Beispiel negative Gefühle haben, kann es sein, dass sie diese aufgrund ihrer geistigen Situation auf jemand anderen projizieren, der dadurch negativ und feindselig auf sie wirkt. Und dann haben sie Angst vor ihm. Diese Art der Angst ist dem Hass verwandt, meine ich, und sie ist eine geistige Schöpfung. Daher sollten sie im Umgang mit Angst zunächst ihren Verstand benutzen, um herauszufinden, ob eine gültige Basis für ihre Angst vorhanden ist oder nicht. Es scheint mir sehr nützlich, folgenden Gedanken zu entwickeln. Wenn die Situation bereinigt ist oder das Problem gelöst werden kann, brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Das heißt, sofern ich weiß, dass es einen Ausweg aus meiner Schwierigkeit gibt, sollte ich mich nicht davon überwältigen lassen. Dann gilt es eher, auf die Lösung hinzuwirken, denn in einem solchen Fall ist es sinnvoller, seine Energie auf die Lösung zu richten, statt sich unnötige Sorgen zu machen. Wenn ich dagegen keinen Ausweg, keine Lösung sehe, hat es ebenfalls keinen Zweck, mich aufzuregen, denn es gibt ja ohnehin keine Lösung. Und je schneller wir diese Tatsache akzeptieren, desto besser werden wir die Situation verkraften. Ein solches Rezept setzt natürlich voraus, dass wir das Problem direkt angehen, denn sonst können wir Wenn man Ängste also effektiv behandeln will, sollte man die Art der Angst identifizieren und nach der Ursache suchen. Eine Angst beispielsweise, die ich für weit verbreitet halte, ist die Furcht, sich vor anderen zu blamieren oder sich in ein schlechtes Licht zu setzen. Ich glaube, die Schlüssel zur Überwindung dieser Art von Furcht und Sorge sind Aufrichtigkeit und eine gute Motivation. Wenn ich also nervös werde, bevor ich eine Rede halte, rufe ich mir ins Gedächtnis zurück, dass mein Hauptanliegen darin besteht, den Menschen wenigstens ein bisschen zu nützen und nicht darin, mit meinem Wissen zu prahlen. Ich habe herausgefunden, dass eine aufrichtige Motivation Furcht und Sorge deutlich verringert. Eine einwandfreie Motivation kann also ein Schutz vor Gefühlen wie Angst und Sorge sein. Die Motivation ist so wichtig. Wir können nämlich jede menschliche Handlung als einen Akt der Bewegung betrachten und das, was alle Bewegungen in Gang setzt, ist unsere Motivation. Wenn wir eine reine und aufrichtige Motivation entwickeln, wenn wir auf der Grundlage von Freundlichkeit, Mitgefühl und Respekt helfen und agieren wollen, ist es gleichgültig, in welchem Bereich wir arbeiten. Wir werden in jedem Fall effektiver und weniger ängstlich handeln. Wir brauchen uns nicht darum zu sorgen, was andere von uns denken oder ob wir unser Ziel erreichen. Bei Das gibt es geht, es fordert die Umwandlung der zugrunde liegenden Motivation. Auf dieser Ebene konzentriert sich der Dalai Lama auf die Entwicklung und den Gebrauch angelernter sozialer Verhaltensweisen, um den Enthusiasmus und die Entschlossenheit zu stärken. In mancher Hinsicht ähnelt dieses Verfahren dem vieler westlicher Motivationsexperten, die ebenfalls danach streben, Begeisterung und Entschlossenheit zu fördern, um dann bestimmte Ziele zu erreichen. Ein Unterschied liegt darin, dass sich der Dalai Lama bemüht, Enthusiasmus und Entschlossenheit für die Entwicklung positiver Verhaltensweisen und den Abbau negativer geistiger Gewohnheiten zu fördern, statt auf weltlichen Erfolg wie das Erlangen von Geld oder Macht hinzuarbeiten. Den Dalai Lama bewegt bei der Frage nach den Motiven für das menschliche Verhalten zuallererst die Umformung und Umwandlung der zugrunde liegenden Motivation in Richtung Liebe und Mitgefühl. Das System der Geistesschulung zum Erlangen von Glück, das der Dalai Lama vertritt, geht davon aus, dass wir, je näher wir der Motivation durch wahren Altruismus kommen, sogar angesichts extrem beunruhigender Umstände angstfreier werden. Ehrlichkeit als Mittel gegen mangelndes Selbstwertgefühl oder Dünkel. Ein gesundes Selbstvertrauen ist ein wichtiger Faktor beim Erreichen unserer Ziele. Minderwertigkeitsgefühle hemmen unseren Fortschritt und lassen uns vor Herausforderungen und Risiken zurückschrecken. Doch Dünkel, ein übertriebenes Selbstvertrauen, kann genauso gefährlich sein. Diejenigen, die eine übertriebene Vorstellung von ihren eigenen Fähigkeiten und Leistungen hegen, sind ständig Frustration, Enttäuschung und Wut ausgesetzt, wenn die Realität zeigt, dass sie ihrem idealisierten Selbstbild nicht entsprechen. Außerdem führt die Selbstüberschätzung dieser Menschen oft dazu, dass sie hohe Ansprüche und eine gewisse Arroganz entwickeln, was sie von anderen isoliert und die Aufnahme emotional befriedigender Beziehungen verhindert. Menschen entwickeln ihr Selbstverständnis, indem sie die ausgesprochenen und unausgesprochenen Botschaften über sich selbst von ihren Eltern übernehmen. Zu Verzerrungen kann es kommen, wenn die frühen Interaktionen mit den Erziehenden weder gesund noch formend sind. Der Dalai Lama konzentriert sich darauf, den Pfeil herauszuziehen, statt darüber nachzudenken, wer ihn abgeschossen hat. Er fragt nicht, warum jemand unter Dünkel- oder Minderwertigkeitsgefühlen leidet, sondern präsentiert eine Methode zur direkten Bekämpfung dieser negativen Geisteszustände. Ich fragte den Dalai Lama, in einem unserer Gespräche erwähnten sie die Demut im Zusammenhang mit der Förderung von Geduld und Toleranz als eine positive Eigenschaft. In der westlichen Psychologie und allgemein in unserer Kultur spielt Demut anscheinend nur eine untergeordnete Rolle, während die Entwicklung einer hohen Selbsteinschätzung und eines gesunden Selbstvertrauens sehr wichtig genommen wird. Wie erklären sie sich diesen Sachverhalt? Der Dalai Lama antwortete, die Sache kann sehr kompliziert sein. Im Buddhismus hält man das Vermeiden oder die Überwindung der Arroganz und Selbstüberschätzung für sehr wichtig. Ebenso wichtig ist jedoch ein gesundes Selbstvertrauen. Manchmal ist es wirklich schwer, zwischen Arroganz und Selbstvertrauen zu unterscheiden. Vielleicht sollte man feststellen, ob die Haltung gegenüber einer anderen Person eine solide Basis hat oder nicht. Ein Mensch kann zum Beispiel ein Gefühl der Überlegenheit haben, das angemessen und durchaus gerechtfertigt ist. Andererseits kann jemand über ein aufgeblähtes Selbstbild verfügen, das jeder Grundlage in der Realität entbehrt. Dann würde es sich um Arroganz handeln. Die beiden können allerdings sehr ähnlich wirken. Manchmal kann man das nur im Nachhinein entscheiden, glaube ich, oder indem man die Meinung eines Dritten einholt. Hochmut hat gewöhnlich negative, ein gesundes Selbstvertrauen dagegen positive Folgen. Wenn wir von Selbstvertrauen sprechen, müssen wir daher herausfinden, welche Art von Selbst dem zugrunde liegt. Ich glaube, wir haben es mit zwei Kategorien zu tun. Die eine Art des Selbst oder Ego konzentriert sich ausschließlich auf die Erfüllung der eigenen Interessen, der eigenen egoistischen Wünsche und kümmert sich überhaupt nicht um das Wohlergehen der Anderen. Die zweite Art des Ego widmet sich der aufrichtigen Sorge um die Anderen und dem Wunsch von Nutzen zu sein. Um diesen Wunsch zu erfüllen, braucht man ein starkes Selbstbewusstsein. Diese Art von Selbstvertrauen führt zu positiven Resultaten. Ich glaube, dass Ehrlichkeit und Selbstvertrauen sehr viel miteinander zu tun haben. Je ehrlicher und offener wir sind, desto weniger Angst haben wir, denn wir brauchen uns nicht darum zu sorgen, dass wir bloßgestellt werden könnten. Deshalb denke ich, dass wir umso mehr Selbstvertrauen gewinnen, je offener wir sind. Ich glaube also, dass Aufrichtigkeit hinsichtlich der eigenen Fähigkeiten und Grenzen einem niedrigen Selbstwertgefühl entgegenwirken kann. Eine furchtlose und ehrliche Selbsteinschätzung kann eine kraftvolle Waffe gegen Selbstzweifel und Minderwertigkeitsgefühle sein. Studien zeigen deutlich, dass Menschen mit einem realistischen und zutreffenden Selbstbild mehr Zuversicht an den Tag legen, als solche mit einer begrenzten oder ungenauen Selbsterkenntnis. Das Nachdenken über unser Potenzial als Mittel gegen Selbsthass Ich suchte den Dalai Lama am späten Nachmittag nach einer seiner Sitzungen mit Wissenschaftlern auf. Gegen Ende des Gesprächs fragte er mich, wir kamen auf ein Thema zu sprechen, das mich sehr überraschte, den Selbsthass. Ist Ihnen dieses Phänomen ein Begriff? Ja, sicher, sagte ich. Etliche meiner Patienten leiden darunter. Wie kann sich ein Mensch denn selbst hassen? Die Möglichkeit, dass jemand sich selbst nicht nur nicht schätzt, sondern sich sogar hasst, kommt mir ganz unglaublich vor. Können Sie als Psychiater mir dieses Phänomen und seine Entstehung erklären? Ich beschrieb ihm die Hintergründe des Selbsthasses kurz aus psychologischer Sicht. So erklärte ich, und Erziehung unser Selbstbild formen und wie wir, während wir aufwachsen und uns entwickeln, von den Eltern implizite Botschaften über uns erhalten. Aber Selbsthass lässt sich auch beseitigen. Allein diese Erkenntnis kann seine Kraft schwächen, uns Hoffnung verleihen und unsere Bereitschaft erhöhen, ihn auszumerzen. Die Aussage des Dalai Lama, dass er nicht nachvollziehen könne, wie sich ein Mensch selbst hassen könne, mag für diejenigen, die an Selbsthass leiden oder einen davon befallenen Menschen kennen, unglaublich naiv klingen. Bei näherer Betrachtung könnten sie jedoch eine fundamentale Wahrheit enthalten. Liebe ist schwer zu definieren und es gibt mehrere Definitionen. Eine Definition der Liebe in ihrer vielleicht reinsten und erhabensten Form ist der totale absolute und bedingungslose Wunsch nach Glück für einen anderen. Unabhängig davon, ob dieser andere uns vielleicht verletzen wird oder ob wir ihn überhaupt mögen. Im tiefsten Herzen wünscht sich ohne Zweifel jeder von uns glücklich zu sein. Wenn sich unsere Definition von Liebe also auf den aufrichtigen Wunsch nach jemandes Glück stützt, dann lieben wir uns auch selbst, denn wir alle möchten glücklich sein. Vielleicht hatte der Dalai Lama gar nicht so Unrecht mit seiner Meinung, dass wir alle uns im Grunde selbst lieben. Hier verbirgt sich ein effektives Mittel gegen Selbsthass. Wir können den selbstverachtenden Gedanken entgegenwirken, indem wir uns vor Augen führen, dass wir uns bei aller Ablehnung mancher unserer Eigenschaften wohlwünschen, glücklich zu sein. Der Dalai Lama fuhr fort, allgemein gesprochen könnte ich zum Beispiel darauf hinweisen, dass wir alle mit unserer wunderbaren menschlichen Intelligenz begabt sind. Außerdem verfügen wir über eine Entschiedenheit, die wir in jede beliebige Richtung lenken können. Daran besteht kein Zweifel. Wenn wir uns dieses Potenzial immer wieder bewusst machen, bis es in unsere gewohnte Betrachtungsweise der menschlichen Natur übergeht, können Entmutigung, Hilflosigkeit und Selbstverachtung abgebaut werden. Der Dalai Lama schwieg eine Weile und fuhr dann in einem Tonfall fort, der erkennen ließ, dass sein Erkenntnisprozess nicht abgeschlossen war. Wir haben Wir haben es hier möglicherweise mit einer Parallele zur Behandlung körperlicher Krankheiten zu tun. Wenn die Ärzte einen Patienten wegen einer bestimmten Krankheit behandeln, geben sie ihm nicht einfach Antibiotika, sondern sie vergewissern sich zuerst, ob seine Konstitution Antibiotika verträgt. Sie überzeugen sich zum Beispiel, ob der Patient gut genährt ist und verabreichen häufig noch Vitamine oder andere Stoffe, die den Körper stärken. Wenn der Patient über eine gute Konstitution verfügt, hat der Körper das Potenzial oder die Fähigkeit, sich mit Hilfe von Medikamenten zu heilen. Ebenso sind wir im Prinzip gesund, solange wir unsere menschliche Intelligenz und unsere positiv verwertbare Entschiedenheit besitzen. Diese fundamentale Stärke entspringt der Erkenntnis, dass wir über ein großartiges menschliches Potenzial verfügen. Eine solche Erkenntnis kann wie eine Automatik wirken, die uns gestattet, mit jeder Schwierigkeit oder Situation fertig zu werden, ohne dass wir die Hoffnung verlieren oder in Selbsthass verfallen. Indem wir uns daran erinnern, über welche Qualitäten wir als Menschen verfügen, neutralisieren wir den Impuls, uns für schlecht oder unwürdig zu halten. Viele Tibeter praktizieren dies in ihrer täglichen Meditation. Vielleicht ist das der Grund dafür, dass der Selbsthass in der tibetischen Kultur nie einen fruchtbaren Boden gefunden hat. Abschließende Betrachtungen über grundlegende spirituelle Werte Die Kunst des Glücklichseins hat viele Facetten. Als erstes gilt es, ein Verständnis für die wahren Quellen des Glücks zu entwickeln und unsere Prioritäten im Leben auf die Erschließung dieser Quellen zu verlagern. Dazu gehören innere Disziplin und die schrittweise Beseitigung unserer destruktiven Geisteszustände, um sie durch positive, konstruktive Geisteszustände wie Freundlichkeit, Toleranz und Nachsicht zu ersetzen. Um uns die wahre Bedeutung der Spiritualität zu verdeutlichen, begann der Dalai Lama mit der Unterscheidung von Spiritualität und Religion. Wesentlich ist, dass wir unser Potenzial als Menschen hoch schätzen und die Wichtigkeit der inneren Transformation erkennen. Das erreichen wir durch eine Art geistigen Entwicklungsprozess, den ich manchmal auch als spirituelle Dimension unseres Lebens bezeichne. Zu dieser spirituellen Dimension gehören auch unsere religiösen Überzeugungen. Der Zweck der Religionen besteht darin, den Menschen zu nützen und den menschlichen Geist zu nähren. Daher sollten wir die Mannigfaltigkeit der Religionen zu würdigen wissen. Sie sollen das Individuum glücklicher und die Welt angenehmer machen. Damit eine Religion sich jedoch weltverbessernd auswirkt, muss sich jeder Gläubige aufrichtig an seine religiöse Lehre halten. Das heißt, wir müssen die Lehren in unser Leben integrieren, wo immer wir auch sind, sodass wir sie als innere Kraftquelle nutzen können. Und wir brauchen ein tieferes, nicht nur intellektuelles, sondern gefühlsmäßiges Verständnis der religiösen Ideen, damit wir fähig sind, solche Werte zu verinnerlichen. Wir sollten einen tiefen Respekt für alle religiösen Traditionen entwickeln, weil diese einen ethischen Rahmen liefern können, der unser Verhalten positiv beeinflusst. Es ist also wichtig, dass wir engere Bande zwischen den Religionen knüpfen, um eine gemeinsame Anstrengung zum Wohle der Menschheit unternehmen zu können. So vieles trennt die Menschen. Es gibt so viele Probleme auf der Welt. Die Religion sollte ein Mittel zur Verringerung der Konflikte und des Leidens sein, keinesfalls eine weitere Quelle des Zwiespaltes. Die wahre Bedeutung spiritueller Praktiken liegt, ernsthaft betrachtet, darin, dass wir unsere geistige Einstellung, unseren psychologischen und emotionalen Zustand und unser Wohlbefinden entwickeln und trainieren. Wir sollten unsere spirituelle Praxis nicht nur auf bestimmte körperliche oder verbale Handlungen, etwa auf Gebete oder Rezitationen beschränken. Verstehen wir die spirituelle Praxis in ihrem eigentlichen Sinne, können wir sämtliche 24 Stunden des Tages für sie nutzen. Wahre Spiritualität ist eine geistige Haltung, die wir jederzeit praktizieren können. Sind wir beispielsweise gerade im Begriff jemanden zu beleidigen, treffen wir sofort Vorsorge, um diese Handlung zu verhindern. Oder wenn wir in eine Situation geraten, in der wir die Beherrschung verlieren könnten, sollten wir jetzt auf der Hut sein und sagen, nein, das ist nicht der angemessene Weg. Auch das ist eine spirituelle Übung. So gesehen wird man immer Zeit dafür haben. Das erinnert mich an die Worte Potovas, eines der tibetischen Kadampa-Meister. Für einen Meditierenden, der über einen bestimmten Grad an innerer Stabilität und Erkenntnis verfügt, ist jedes Ereignis, jede Erfahrung eine Art Belehrung, eine Möglichkeit zum Lernen. Die spirituelle Lebensweise eines praktizierenden Buddhisten, wie das Dalai Lama, ist durch Merkmale geprägt, die einzig den buddhistischen Pfad auszeichnen. Bei der Beschreibung seiner täglichen Praxis erwähnte er buddhistische Meditationen über das Wesen der Realität und bestimmte Visualisationsübungen. Ich fragte ihn, können Sie den praktischen Nutzen der spirituellen Praktiken für Ihren Alltag beschreiben? Er schwieg ein paar Sekunden lang und antwortete dann leise, meine eigene Erfahrung mag sehr gering sein, aber eines kann ich mit Sicherheit sagen. Durch die buddhistische Übung habe ich das Gefühl, dass mein Geist sehr viel ruhiger geworden ist. Auch wenn der Wandel allmählich kam, meine ich doch, dass sich meine Haltung mir selbst und anderen gegenüber geändert hat. Es ist schwierig, die genauen Ursachen dieses Wandels aufzuzeigen, aber ich glaube, dass er durch die Erkenntnis des Wesens der Realität bewirkt wurde. Spirituelle Praktiken in unser tägliches Leben einzubinden, halte ich für unendlich wertvoll. Die umfassende Kraft des Glaubens, die von den Religionen hervorgebracht wird, trägt Millionen Menschen durch schwierige Zeiten. Manchmal kommt diese Kraft ganz unauffällig, manchmal in tief greifenden Erfahrungen und Wandlungen zum Ausdruck. Jeder hat die Auswirkungen eines solchen Glaubens zweifellos schon einmal in der eigenen Familie, bei Freunden oder Bekannten erlebt. Wer kennt nicht das Martyrium von Terry Anderson, einem Mann, der 1985 in Beirut eines Morgens plötzlich auf offener Straße gekidnappt wurde. Man warf eine Decke über ihn, stieß ihn in ein Auto und hielt ihn für die nächsten sieben Jahre als Geisel der islamischen Extremistengruppe Hisbollah gefangen. Bis 1991 war er in feuchten, schmutzigen Kellern und winzigen Zellen eingesperrt, lange sogar mit verbundenen Augen und in Ketten, wobei er regelmäßigen Schlägen ausgesetzt war. Als er schließlich freigelassen wurde, richteten sich die Augen der ganzen Welt auf ihn. Sie sahen einen Mann, der überglücklich war, wieder bei seiner Familie zu sein, aber überraschend wenig Bitterkeit und Hass gegenüber jenen empfand, die ihn gefangen genommen hatten. Als die Reporter ihn nach der Quelle seiner bemerkenswerten Kraft befragten, gab er Glauben und Gebet als die entscheidenden Faktoren an. Die Welt ist voller Beispiele dafür, dass der Glaube in schwierigen Zeiten eine konkrete Hilfe bietet. Das Engagement in jedweder religiösen Tradition kann ein Gefühl der Zugehörigkeit, der Gemeinsamkeit und liebevollen Verbindung zu den Mitpraktizierenden schaffen. Es bietet einen sinnvollen Rahmen, in dem wir auf andere zugehen und mit ihnen in Kontakt treten und verschafft uns das Gefühl, angenommen zu sein. Ein intensiver religiöser Glaube vermittelt ein tiefes Empfinden für den Sinn und Wert des eigenen Lebens. Angesichts von Widrigkeiten, Leid und Tod bietet er Hoffnung und wenn wir von unseren Alltagsproblemen überwältigt werden, verhilft er uns zu einer auf das ewige gerichteten Perspektive, die uns über uns selbst hinauswachsen lässt. Obwohl dieser potenzielle Nutzen jedem zugänglich ist, ist religiöser Glaube allein natürlich noch kein Garant für Glück und Frieden. Da Trennung und Hass von Seiten religiöser Institutionen so häufig geschürt werden, kann man leicht den Glauben an sie verlieren. Wir haben bereits den Vorrang von menschlicher Wärme, von Zuneigung und Mitgefühl für die physische Gesundheit, das Glück und die Gemütsruhe der Menschen angesprochen. Das ist eine ganz praktische Frage, keine religiöse Theorie oder philosophische Spekulation. Und es ist die Essenz aller religiösen Lehren der verschiedenen Traditionen. Sie gilt aber auch für diejenigen, die sich zu keiner Religion bekennen. Jenen Menschen muss durch Erziehung klargemacht werden, dass es völlig in Ordnung ist, nicht religiös zu sein, solange man ein guter und empfindsamer Mensch mit einem Gefühl der Verantwortung und der Verpflichtung für eine bessere, glücklichere Welt ist. Im Allgemeinen können sie ihre spezifische Religion oder spirituelle Lebensweise durch Äußerlichkeiten wie eine bestimmte Kleidung, einen Hausaltar oder irgendwelche Rezitationen und Gebete demonstrieren. Hinter all diesen äußerlichen religiösen Handlungen kann sich natürlich immer noch ein sehr negativer Geisteszustand verbergen. Wahre Spiritualität hingegen sollte bewirken, dass der Mensch ruhiger, glücklicher und friedvoller wird. Alle edlen Geisteszustände wie Mitgefühl, Geduld, Nachsicht und liebevolle Zuwendung sind echtes Dharma oder echte spirituelle Qualitäten, die sich nicht mit bösem Willen oder negativen Geisteszuständen vertragen. Die Einübung von innerer geistiger Disziplin ist daher die Essenz eines religiösen Lebens. Einer Disziplin, die darauf abzielt, die positiven Geisteszustände zu entwickeln. Der Grad ihres spirituellen Lebens hängt also davon ab, wie erfolgreich sie solche disziplinierten Geisteszustände hervorbringen und auf ihre alltäglichen Handlungen übertragen. zu auf sch auf Untertitelung des ZDF, 2020